Nach der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt mit fünf Toten hat der dringende Tatverdächtige laut Polizei ausgesagt. Zu den Inhalten der Aussage könne man aber keine Angabe machen. Der 51-Jährige sollte demnach am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes. Die Justizbehörde muss daher noch entscheiden, ob sie untersuchungshaft beantragt oder die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Ein eigens eingerichtetes Hinweistelefon sei mittlerweile wieder abgeschaltet worden, Zeugen könnten sich aber unter einer anderen Nummer bei der Polizei melden. Zudem hat die Polizei die Menschen gebeten, Fotos und Videos nicht in den sozialen Medien zu teilen, sondern in einem dafür eingerichteten Hinweisportal hochzuladen. Nach den bisherigen Ermittlungen hat der Mann mit einem PS-starken Geländewagen am Dienstagnachmittag gezielt Menschen in der Trierer Fußgängerzone überfahren. Fünf Menschen sind gestorben, darunter ein neun Wochen altes Baby. 14 Menschen sind verletzt. Rund vier Minuten nach dem ersten Notruf haben Polizisten den Autofahrer festnehmen können. Die Tat eines 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg wird von der Staatsanwaltschaft Trier als mehrfacher Mord, Mordversuch und gefährlicher Körperverletzung eingestuft. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand liegen Polizeiangaben zufolge keine Hinweise auf politische oder religiöse Motive des in Trier geborenen Mannes vor. Auch gäbe es keinen weiteren Tatort oder Hinweise auf Mittäter oder Komplizen des Festgenommenen. Der Verdächtige ist Deutscher, er ist zur Tatzeit betrunken gewesen. Bei ihm sind 1,4 Promille festgestellt worden.